Ich bin mir sicher, jeder von euch ist vertraut mit dem Konzept des Crowdfundings, das sich in den letzten Jahren über Websites wie Kickstarter oder Indiegogo etabliert hat. Ich habe mich bisher noch nicht an einem derart finanzierten Projekt beteiligt. Doch das wird sich in diesem Jahr ändern. In diesem Video werde ich euch aufzeigen, warum ich das Computerspiel Born Punk unterstützen werde. Und wer weiß, vielleicht werdet auch ihr am Ende des Videos Interesse haben, es mir gleich zu tun. Die entscheidende Frage ist jedoch zuallererst, was genau ist Born Punk? Die Antwort auf diese Frage überlasse ich Falco von Falkner, dem Erschaffer des Spiels. Und wir werden ihnen mit einem Spiel, der sehr ähnlich wie die Spiele, die sie gespielt haben. Aber wir wollen auch moderne Spielern beteiligen, indem wir ein paar von dem Geld, das es schwierig macht, für sie zu interessieren, in diesem gewissen Genre zu lassen. Im Falle dieses Projekts bin ich mir sicher, dass das fertige Produkt all das haben wird, was man sich von einem hochwertigen Point-and-Click-Adventure wünschen kann. Spannende Rätsel, Humor, ein leicht abgedrehtes Szenario, packende Immersion, sowie interessante Charaktere. Dies mache ich vor allem an der Leidenschaft fest, mit der Falco und seine Mitstreiter das Projekt angehen. Insbesondere Falco ist ein eingefleischter Fan der Klassiker des Genres wie der Monkey Island-Reihe. Man kann also erwarten, dass er weiß, worauf genau er Rückbezug nimmt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren konnte ich Falco näher kennenlernen und kann somit aus eigener Erfahrung sagen, dass die Umsetzung eines Traums den Antrieb für dieses Projekt darstellt. Falco möchte etwas selbst erschaffen, etwas, an dem so viele Spieler wie möglich teilhaben sollen. Selbst Konsolenspieler sollen Zugriff auf das Produkt erhalten. Und glaubt mir, Falco ist normalerweise kein Freund von Konsolen. Außerdem durfte ich einen Teil des bisherigen Projekts mitverfolgen und mich in den Entstehungsprozess zu einem kleinen Maße einbringen. Ich habe also mit eigenen Augen gesehen, welche Qualität sich aus der Leidenschaft der direkt beteiligten Person ergeben hat. Den visuellen Part konntet ihr während der vergangenen Momente selbst wahrnehmen. Die visuelle Qualität spiegelt sich zudem in der Audioqualität. Sowohl für die Musik als auch für die Synchronisation wurden professionelle Künstler angeheuert. Im Zufall wird hier also nichts überlassen. Sicherlich habt ihr schon einmal den Spruch vernommen, wenn du es so schlecht findest, dann mach es doch besser. Fernab davon, wie sinnvoll diese Aussage wirklich ist, hat sich Falco den dahinterstehenden Gedanken zu Herzen genommen. Er möchte nicht nur Kritik an der Spieleindustrie üben, er möchte tatsächlich versuchen, es besser zu machen und somit aufzuzeigen, dass ein anderer Weg möglich ist. Diese Haltung nötigt mir Respekt ab und zeigt abermals, auf welchen Intentionen und Prinzipien das Projekt fußt. Ein Aspekt der Spieleindustrie, der als zweischneidiges schwer wahrgenommen werden kann, ist die Dominanz von sogenannten AAA-Konzernen und Produkten, also den ganz großen Franchises wie beispielsweise Battlefield, Call of Duty oder Assassin's Creed. Und obgleich diese Produkte gewisse Qualitäten anbieten und der Erfolg ihnen in einem bestimmten Maße recht gibt, wirkt es nicht selten so, als sei der Spielemarkt nur noch auf eine Handvoll Genres begrenzt, während andere zu verschwinden scheinen. Isometrische Rollenspiele à la Baldur's Gate, Echtzeitstrategiespiele oder besagte Point-and-Click-Adventures waren über Jahre von der Bildfläche verschwunden oder bestenfalls nur noch selten wahrzunehmen. Plattformen wie Kickstarter haben zum Beispiel einen anderen Verlauf ermöglicht. Mittlerweile gibt es zahlreiche prägnante Beispiele, in denen Indie-Entwickler durch eine erfolgreiche Kampagne ein hochwertiges Produkt auf die Beine stellen konnten. Pillars of Eternity oder Divinity Original Sin sind nur zwei Vertreter. Die eben genannten Genres sind keineswegs verloren, ebenso wenig sind ihre Fans verschwunden. Es müssen lediglich andere Wege gegangen werden, die aber ebenfalls Aussichten auf Erfolge haben. Und es hat der Spieleindustrie bekanntlich noch nie geschadet, erfolgreiche unabhängige Spieleentwickler als Gegengewicht zu den Schwergewichten der Branche zu haben. Dies sind meine drei gewichtigsten Gründe, warum ich BornPunk auf Kickstarter unterstütze. Wenn auch ihr einen Blick auf die Kampagnen-Seite werfen und euch noch genauer informieren wollt, werdet ihr in der Infobox auch hierzu einen Link finden. Ursprünglich wollte ich dieses Video mit einem Aufruf, das Projekt zu unterstützen, abschließen. Da das angesetzte Minimum zur Finanzierung der Kampagne jedoch in weniger als 24 Stunden erreicht wurde, musste ich ein wenig umdenken. Möglicherweise fragt ihr euch nun, warum es sich jetzt überhaupt noch lohnt, Geld zu investieren. Und obgleich diese Frage nicht ganz unberechtigt ist, möchte ich euren Blick auf die sogenannten Stretch Goals richten. Denn insbesondere das zweite Ziel ist für den deutschen Markt durchaus interessant, da eine Übersetzung des Spiels in die deutsche Sprache angedacht ist. Von den anderen Zielen, die neue Mechaniken einführen oder den Umfang des Spiels erweitern sollen, ganz zu schweigen. Es gibt also weiterhin reichlich konkrete Gründe, das Spiel finanziell zu unterfüttern. Ich wäre also erfreut, wenn ich euch davon überzeugen konnte, selbst einen Blick auf das Projekt und die dazugehörige Kampagne zu werfen und im besten Fall ein paar Euros zu hinterlassen, um Falco und seine Mitstreiter mit ihrer Vision und der dazugehörigen Umsetzung zu unterstützen. Und Falco, falls du die Gelegenheit finden solltest, dir dieses Video ebenfalls anzuhören, ich wünsche dir weiterhin bestes Gelingen und die nötige Prise Glück.